Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube Video. Mein Name ist Alexander Wasic, ich bin Berater im Direktvertrieb und Inhaber der AV Direktberatung. Ich habe mir heute gedacht, okay, ich mache noch ein YouTube Video und zwar wie ihr zu den Trading Tipps und den Signalen zu dem Programm von Herrn Carsten Kagels kommt. Ich habe hier mein YouTube Video schon vorbereitet und möchte ich euch einfach zeigen. In den Kommentaren habe ich hier die ganzen Links schon vorbereitet und zwar bietet der Herr Kagels mehrere Programme an, mehrere Signale und zwar haben wir hier zum Beispiel Forex, CFD, DAXFuture, Gold und Silber Aktien. Man kann sich da jetzt entscheiden und wir nehmen einfach für den Test die Forex Trading Signale. So, wir klicken da jetzt einfach drauf und schauen uns einmal auf der Seite um. Carsten Kagels, da kann man ja schon seinen Blog besuchen, seine Trading Signale, E-Book für Trader, Trader lernen. Er bietet ja auch Trader aus und man kann ja schon sehen, dass wir mit diesen Forex Signalen regelmäßig Gewinne erzielen sollen. Zudem gibt es hier auch ein Video, es gibt ja auch mehrere Videos von ihm und hier wird ja auch nochmal erklärt, was wir da alles bekommen. Und Lieferung per E-Mail zum Beispiel 30 Tage, Testzeit, Gratis-Webinar, Profitabel und Transparent. Zudem haben wir hier auch noch zwei verschiedene Arten zum Testen, sowas wir da jetzt gerne hätten. Da kann man ja auch noch sehen, was es für Paare gibt, auf was wir da alles machen können. Keine Verpflichtung, Sie können den Bezug der Folge Signale jederzeit zum Monatsende kündigen. Das heißt ja auch, wir haben das zweite Paket, hier geht es auch noch um ein anderes Angebot und hier kann man auch noch nachlesen, was die Kunden sagen, die Vorteile und so wird das ganze Trading für Sie ganz einfach. Das verspricht uns der Herr Kagels und dann können wir das per E-Mail einfach kündigen. Ich würde jetzt einfach sagen, wir nehmen das letztere Angebot, das zweite, wir gehen zum Testangebot und es wird sich jetzt eine Seite aufmachen von Digistore24. Jetzt sind wir da drauf, ich werde, bevor ich es, also wenn ich zahle, werde ich kurz das Video stoppen, es pausieren und nach dem Bezahlprozess halt wieder starten und dann schauen wir mal das ganze, wie das funktioniert. Hier sieht man auch wieder, was man im Paket bekommt, wer das zusammenstellt, wer das ausgesucht hat und die Lieferung wird zwischen 9 und 10 Uhr vormittags sein und zwar täglich und per E-Mail. Zum Leistungsumfang gehören noch die ganzen Sachen dazu und wir haben hier einfach eine Möglichkeit, dass wir da das ganze zahlen. Es gibt auch verschiedene Zahlarten und hier sehen wir dann die Bezahloptionen. Da gibt es verschiedene Sachen, hier haben wir auch unsere Anschrift und ich würde einfach sagen, ja, schauen uns das einmal an. Ich werde das Video jetzt einmal kurz pausieren und wir sehen uns gleich. So, jetzt sind wir hier wieder zurück und zwar sehen wir jetzt hier, vielen Dank für Ihre Anmeldung zu den Vorex-Signalen und die Abwuchung erfolgt durch Digistore24. So, jetzt halten wir die Vorex-Signale, die bekommen wir per E-Mail. Man kann das jetzt alles einmal durchlesen und sich die Videos hier anschauen, was man denn alles dafür bekommt. So, ich sollte jetzt auch eine E-Mail bekommen. Das war es jetzt eigentlich vom ganzen Bezahlprozess. Ich habe das einfach per Kreditkarte bezahlt. Es lief auch problemlos. Erhalten habe ich das Produkt. Und, ja, jetzt bin ich aber gespannt und halte euch jetzt auch auf dem Laufenden. Und zwar im zweiten Video seht ihr dann, wie das Ganze dann aussieht, wie es dann ist, wenn man die Signale bekommt. Und danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Umsetzen, beim Handeln und auch beim Stöbern dann. Und, ja, liebe Grüße aus Wien. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020